Yo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder eine neue Runde Minecraft. Oh hier war eine Kiste, die war noch nicht gelootet. Ich hab alles weggelootet. Ich lauf weg. Äh, ich weiß nicht wo lang. Ich kenn diesen Weg nicht. Das sieht aus... Ich weiß nicht. Müssen wir uns gleich wiederfinden. Denn es spielt der Matze-Hatze mit mir. Hi Mais, hallo. Wie weit darf ich nur den Matze-Hatze nennen? Sonst bist du böse. Ich hab Verzauberungswäsche schon mal gefunden. Ja, ein bisschen Gier hab ich auch gefunden. Ich hab sogar eine Waffe. Das hier mal hast du, das brauchen wir nicht. So, die sind ganz gut gegiert. Ich bin unter dir, ich bin unter dir. Hast du mich gefunden? Ja, ich bin dir hinterher gelaufen. Ah, okay. Ich kann mal hier looten. Ich hab ein Schwert, ein Goldschwert. Ich hab lieber Schwert als eine Axt. Brauchst du eine Waffe? Ich hab ein Goldschwert. Okay, dann passt das hier. Dann sind wir hier im Wald. Bist du das? Ne, das bist du nicht, ne? Im Wald. Oh, hier mal ein, hier mal ein. Der möchte sterben. Ich versuch mal wegzukommen, aber keine Chance. Ich hab ihn gefährdet. Was? Du hast jetzt ein bisschen Level überkommen, oder? Ja, ich hab keinen Verzaubern. Gib dir mal noch den Erfahrungsfläschchen. Hier, guck mal. Das ist Tableware, ne? Nimm mal die Sachen, ob ihr vielleicht was davon gebrauchen könnt. Der Table war da unten. Ist zwar nur ein Holzschwert, aber scheiß drauf. Kann uns ja immer noch den Arsch retten, ne? Wenn wir gegen ein... Ich kann dir auch eine Gold-Axt geben. Okay, ich hab eine Eisen-Axt gefunden. Das passt besser. Oh, da kommt einer hoch. Oh, 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 ich brauche Hilfe. Du brauchst Hilfe? Okay, ich kann... Du weißt nicht, ich hab nicht mehr, wo der Weg war. Ich hab den gut erwischt. Gehörst du nicht? Ja. Ich hab ihn getrillt. Oh mein Gott, der hat ein Eisenschwert. Ich muss mich eben ganz kurz beschützen. Ähm, hier hast du noch eventuell ein bisschen Gier. Da ist eine Eisen-Axt drin. Lebe die mal schnell auf, bevor ich da alles... Jetzt will ich sogar was zu essen reingehauen. So, alles weggehauen, den Müll. Das bedeutet, ihr könnt schnell verzaubern gehen. Wenn mich noch freuen. Da hab ich nach einer schönen Truhe gesehen. Ja, Matze, wie kommst du aus dem Spiel? Haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich muss sagen, das macht mir mehr... Nein, ich hab Unbreaking bekommen. Nochmal verzaubern kann man wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaub nicht. Vielleicht kannst du die alte löschen. Oh, da unten ist einer, da unten ist einer. Der hat zwar ein Steinschwert. Oh mein Gott, ich hab den aber getötet. Ich hab vergessen, dass ich HP abgezogen hatte. Ich hab den trotzdem getötet. Brauchst du ein Steinschwert? Nee, ich hab die Eisen-Axt. Okay, Moment. Bau Powerplus 1, immerhin etwas. Ja, unten am Boden ist einer, der hat kaum Equipment. Ja, den holen wir uns sofort. Wird nicht mal langsam sein. Okay, noch ein bisschen... Ein bisschen ausgedrückt. Ich bin hinter dir. Hab fast wieder volles Lehm. Ich hab leider nicht viel Essen. Komm mit, wir gehen zur Supply Drop. Ich hab was zu essen mit. Komm mit. Ich krieg dir hier was. Sollte ausreichen. Da ist auch nochmal was. Jetzt können wir nämlich schnell zur Supply Box laufen. Aber wenn wir die haben, dann gehört uns das. Dann haben wir das Game schon so gut wie gewonnen. Da vorne, ich seh schon den Strahl vom Himmel. Da, 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 da müssen wir hin. Ja, da müssen wir hin. Oh, da laufen schon die ganzen Geier hin. Der hat mich noch nicht gesehen. Der hat mich gesehen. Aber der hat mein verzaubertes Schwert nicht gesehen. Hier liegt wieder Gier für dich. Du hast mich wahrscheinlich verloren, so wie ich dich kenne. Na klar. Oh man. Nein. Hast du keinen Kompass? Da vorne sehe ich dich hochlaufen. Doch, doch. Ich hab einen Kompass. Frage ist mal, wie komm ich jetzt zur Playbox? Du bist wahrscheinlich im Haus drin, oder? Ist wahrscheinlich im Haus drin. Okay. Ich hab für uns gutes Gier ge... Oh, das war richtig gutes Upgrade für uns. Du bist unten drin. Okay. Ja. Ja. Charm, Charm. Bist du das? Jo. Ja. War genau dasselbe drin. Sehr gut. Jetzt leben immer noch so viele. Das ist ein gutes Spiel. Da unten, da unten. Ich snack einmal und dann können wir den killen. Komm. Wir lassen den nicht weg laufen. Ich hab leider immer noch ein blödes Schwert. Was hat der gedroppt? Nur ein paar Sachen. Kannst du mich boosten? Äh, ja. Kann ich. Jo. 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 Den haben wir. Der hat sogar einen Diamant dabei gehabt. Ja super. Äh, Kettenhosen. Wenn du brauchst. Ne, hab ich schon. Kettenhosen. Hab ich alles. Ein Diamant haben wir jetzt. Fehlt nicht mal viel. Ein Diamant noch. Dann haben wir ein Diamantschwert. Ein Diamantschwert gewinnt sowieso. Ist so eine feste Regel mit einem Diamantschwert. Kannst du nicht verlieren. Ich bin wieder in der Mitte. Ich will grad noch ein bisschen, äh, deluten. Slash dm. Con. Genau. Started. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich würd gern ein Dash mit starten. Der Kompass zeigt mir natürlich dich an. Dass du in der Nähe bist. Aber das Eis ist schon ziemlich nah vorgedrungen. Geh das mal an. Das Eis ist schon. Aber nur von der einen Seite. Also in der Richtung ist noch relativ viel frei, finde ich jetzt. Ja, aber guck mal hier. Gucken wir mit nochmal in die Mitte. Guck mal hier. Das ist schon fast in der Mitte. Oh, da kommt sogar ein Spieler. Und immer schon die Critical Hits. Mir wurde gesagt, nämlich damals im Kommentar. Ich soll immer jumpen. Weil dadurch mache ich Critical Hits. Jo, ich hab noch einen getötet bevor es losgeht. Jetzt höre ich wieder den Bug, dass ich niemand sehe. Ja. Guck mal. Oh. 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 Mads, ja. Das Ding ist schon mal. Oh, verdammt. Spinnst du? Du hast mich fast getötet. Gut gimme. GG. Höflichkeitsform. Nochmal GG. Gewiss ja. War ein schönes Game, war ein schönes Game. Ja, Leuna. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss. Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten die letzte Minecraft-Folge. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, yo.